Der Planet Erde 7,3 Milliarden Menschen und alle haben die gleichen Bedürfnisse. Es spielt keine Rolle, wer genau du bist oder wo du auf der Welt wohnst. Eines haben wir alle gemeinsam. Wir brauchen alle Nahrung, Wasser, Kleidung und ein Dach über dem Kopf. Und wir müssen alle dafür mit Geld bezahlen. Was uns alle verbindet ist eines, Geld. Geld gibt uns ein Gefühl von Sicherheit und eröffnet uns den Weg zu unseren Träumen. Die meisten verbringen ihr halbes Leben damit, dem Geld hinterher zu rennen, nur um für Rechnungen, den Lebensunterhalt und die grundlegenden Bedürfnisse aufzukommen. Geld hilft uns leider nicht nur dabei, unsere Träume zu verwirklichen. Es kann auch zu einer vernichtenden Waffe werden. Insbesondere, wenn es sich mit Gier, Lügen und Kriminalität macht. Geld ist, was man daraus macht, gut oder schlecht. Und für die meisten wird es immer ein Rätsel bleiben. Jedem ist klar, dass die heutigen Währungen von nichts als unserem Glauben an sie am Leben gehalten werden. Und die Zentralbanken der ganzen Welt halten unsere Zukunft in festen Händen. Geld wurde schon immer mit Macht in Verbindung gesetzt. Und die folgenden Informationen können auch dir zu einer Machtposition verhelfen, wenn du nur bereit bist, offen zu sein und die Wahrheit über Geld zu erfahren. Die Finanzkrise 2008 brachte unser komplettes Finanzsystem fast zum Einsturz. Die Zentralbanken und andere Institutionen sind für das schlechte Management der Krise verantwortlich. Viele Menschen und Unternehmen waren von einem Tag auf den anderen. Bankrott? Doch das war auch die Geburtsstunde vielversprechender Möglichkeiten. Wie man weiß, gibt es immer zwei Seiten der Medaille. Und nach Jahrhunderten wirtschaftlicher Herausforderungen sind wir im Begriff, herauszufinden, dass es bessere Möglichkeiten gibt. Aus der Asche der Krise 2008 entstand eine der größten finanziellen Chancen, die es je gegeben hat. Und sie stellt das gesamte Geldsystem in kürzester Zeit in Frage. Sie entstand aus Frustration und Misstrauen gegenüber den Banken und dem Geldsystem. Es war die Geburtsstunde der kryptischen Währung. Was ist eine kryptische Währung? Bitcoins-Blockchain wurde 2008 geschrieben. Und trotz der Prognose der Verwaltungsbehörden, Institutionen, Regierungen und Medien sah man eine immense Wertsteigerung. Allein zwischen 2009 und 2013 stieg der Wert eines Bitcoin von 0,1 US-Dollar auf über 1.100 US-Dollar. Diejenigen, die in Bitcoin investiert hatten, wurden in kürzester Zeit zu Multimillionären. Höchstwahrscheinlich ist Bitcoin einer der meist diskutierten wirtschaftlichen Erfolge in der Finanzgeschichte. Einer der Erfolgreichen war ein junger Mann aus Norwegen, der 26 US-Dollar in Bitcoin investierte und es sofort wieder vergaß. Ein paar Jahre später wurden aus seiner bescheidenen 26 US-Dollar-Investition sagenhafte 850.000 US-Dollar. Diejenigen, die Bitcoin schon am Anfang kennengelernt hatten, es aber ablehnten, mussten teures Lehrgeld für die verpasste Chance zahlen. Was wäre, wenn die heutige Technologie es jedem ermöglichen könnte, seine eigene Bank zu sein? Ohne Steuern und Gebühren. Das Rückgrat einer kryptischen Währung ist reine Mathematik. Ein Computerprogramm mit einem universalen Code, das ein weltweites System mit Hilfe des Internets bildet. Aber woher sollen wir wissen, dass wir ihm vertrauen können? Bisher wurden wir dazu erzogen, nur außenstehenden Institutionen zu trauen, beispielsweise Banken, Kreditkarten und Geldtransferunternehmen, da sie das Geld im Auge behalten, wenn es von einem Ort zum anderen überwiesen wird. Und wir bezahlen dafür hohe Gebühren. Wir sind es gewohnt, viel Geld für etwas zu zahlen, das auch kostenlos sein könnte. Die meisten kaufen den Banken ab, dass sie stabil, ehrlich und zuverlässig sind. Was würdest du sagen, wenn es Wege gäbe, diese Mittelsmänner, die so viel Geld verlangen, außen vor zu lassen? Und die gleichzeitig auch noch günstiger, sicherer und schneller sind? Während viele damit anonyme Schwarzmarktgeschäfte in Verbindung bringen, ist es doch weitaus transparenter, als du glauben magst. Denk mal darüber nach. Heutzutage kann man ohne Probleme Musik und Filme online vervielfältigen und herunterladen. Und kryptische Währung ist, wie Musik und Filme im Internet, digital. Schau genau hin, denn jetzt folgt der Schlüssel zum Verständnis kryptischer Währung. Kannst du dir vorstellen, dass dein digitales Geld nicht genauso einfach runterzuladen ist wie deine Lieblingslieder? Wie kann digitale Währung seinen Wert behalten und nicht einfach online vervielfältigt werden? Interessanterweise ist kryptische Währung nicht einfach eine Datei auf deinem Computer. Es handelt sich um einen Eintrag in einer öffentlich zugänglichen Datenbank namens Blockchain. Vergleichen wir es mal mit den heutigen Banken. Sie führen jede Überweisung als Plus und Minus in einer Datenbank auf. Bei kryptischen Währungen werden Bankkonten durch E-Wallets ersetzt, auf die nur du Zugriff hast. Das Kassenbuch einer kryptischen Währung ist die Blockchain, in der jeder Coin und jede Überweisung in einer kryptischen Währung aufgezeichnet wird. Dabei bleibt das Gleichgewicht im Geldsystem immer gewahrt, da man die Anzahl der Coins nicht ändern kann und kein Coin das System verlässt. Was wirklich passiert, wenn man einen Coin überweist, ist, dass man lediglich die Rechte auf einen speziellen Code in der Datenbank überträgt, der nur für diese Überweisung existiert. Während der Überweisungen wird die Blockchain ständig weltweit synchronisiert. Jeder Nutzer im gesamten Netzwerk hat die gleiche Ausgabe der Blockchain und da die Blockchain öffentlich ist, kann sie von niemandem kontrolliert werden. Es gibt keine Möglichkeit, die Blockchain zu hacken. Die Hacker müssten tausende Computer angreifen, die auf der ganzen Welt verteilt sind und das zeitgleich. Es ist vielleicht nicht unmöglich, aber wir haben es so schwer wie möglich gemacht und es ist viel sicherer als das heutige Bankensystem. Das System könnte sowohl Banken als auch Banker weltweit ersetzen. Viele Menschen sind glücklich mit dem derzeitigen System. Aus dem einfachen Grund, weil sie es nicht verstehen oder weil sie das viele Geld nicht überblicken können, das wir in unserem jetzigen Finanzsystem in Form von Gebühren bezahlen müssen. Eine kryptische Währung ist das perfekte Gegenteil des heutigen Bankensystems. Es ist absolut transparent und niemand kann die Menge an Coins oder die mathematischen Grundlagen ändern, und das Generieren der Coins steuert, nachdem das Mining begonnen hat. Durch die begrenzte Anzahl an Coins ist kryptische Währung nicht durch Inflation gefährdet. Die Währung hat tatsächlich das Potenzial, unsere Welt fairer zu machen. Heutzutage leben Millionen von Menschen ohne Konto, während viele aber ein Smartphone besitzen. Damit erlangst du Zugang zu einem weltweiten persönlichen Banksystem, durch das Cryptocurrency Banking für jedermann möglich wird. Kryptische Währung ist für die Bankenwelt das, was das Internet für die Telefonbranche war. Das Aufregendste daran ist nicht mal das, was es jetzt schon ist, sondern was es in Zukunft noch werden wird. Die Zukunft des Zahlungsverkehrs Bitcoin war ein gewaltiger Durchbruch und hat die Menschen auf kryptische Währungen aufmerksam gemacht. Die Pioniere haben jedoch schnell gezeigt, dass es noch viel Raum für Verbesserung und Erfolg gibt. Neue kryptische Währungen wurden geschaffen. Das Interesse des neuen Wirtschaftssystems stieg schnell an und öffnete die Türen für eine weitaus sicherere, stärkere und benutzerfreundlichere kryptische Währung. OneCoin. Die kryptische Währung 2.0. Die Gründerin, Dr. Ruja Ignatova, in Bulgarien geboren und in Deutschland aufgewachsen, kommt aus der Finanzwelt. Sie beendete ihr Studium nach nur vier Jahren in Konstanz und Oxford mit einem Master in Betriebswirtschaftslehre und einem Doktortitel in Jura. Trotz ihrer jungen Jahre arbeitete sie bereits als jüngste assoziierte Partnerin bei McKinsey. Während ihrer Zeit bei McKinsey arbeitete sie für Sparebank, Allianz, Unikredit, Raiffeisen und andere Finanzdienstleister. Sie war auch bei der Deutschen Bank in Frankfurt und baute dort das russische Investmentbanking auf. Sie war sowohl CEO als auch CFO für eine der größten Vermögensverwalter und dort für eine Summe von 250 Millionen Euro zuständig. Als kryptische Währungen weltweit zum Erfolg wurden, sah Dr. Ignatova das Potenzial, das in der Verbesserung der neuen Technologie liegt und wurde bald eine Expertin für kryptische Währung. Anschließend arbeitete sie als Beraterin für verschiedene kryptische Währungsunternehmen und hat seitdem mehrere Bücher über kryptische Währung geschrieben, die bereits in viele Sprachen übersetzt wurden. 2012 gewann sie den Titel Unternehmerin des Jahres in Bulgarien und gewann ihn nochmal 2014 für die Gründung von OneCoin. Ausgestattet mit ihrem umfangreichen Hintergrundwissen und dem Willen, die bereits bestehenden Sicherheitsanforderungen für kryptische Währungen weiter zu verbessern, hat Dr. Ignatova die Technologie noch weiter verbessert und ein neues System geschaffen, das Diebstahl fast unmöglich macht. Die Idee, die Coins zurückverfolgen zu können, hat sich als eine gute Entscheidung herausgestellt und wurde weltweit als große Chance begrüßt. Sie war sich außerdem des Stellenwertes bewusst, den ein aktives Netzwerk und dessen Auswirkungen in Zukunft haben würde. Da die Lehre ihre große Leidenschaft ist, hat sie zügig begonnen, Menschen über die Finanzwelt aufzuklären und gab ihnen damit die Mittel, die sich ihnen eröffnende Chance als solche zu erkennen. Und zu guter Letzt legte sie auch noch Wert darauf, jedem die Tür zu öffnen. Sie brachte weltweit Menschen in die Lage, genauso von dieser Chance zu profitieren wie Experten auf diesem Gebiet. OneCoin begann das Mining am 23. Januar 2015 während eines Live-Events in Hongkong und hat seit Beginn ein erstaunliches Wachstum von über 650 Minern in mehr als 195 Ländern vorzuweisen. Bei einem Live-Event im Mai 2015 in Dubai betrug der Anfangswert von OneCoin 1,05 Euro. Doppelt so viel wie erwartet. Die zu erwartende Wertsteigerung für die nächsten Jahre liegt zwischen 2,20 Euro und 5 Euro. Soweit die Prognosen für Juni 2016. Für Juni 2017 werden Werte zwischen 50 Euro und 100 Euro erwartet. Klingt das nicht zu gut, um wahr zu sein? Klang die Bitcoin-Story zu gut, um wahr zu sein? Für viele von uns tut sie das, aber es ist dennoch so gekommen. Die Prognosen sind keine Garantie, aber behalte Folgendes im Hinterkopf. Die erwartete Wertsteigerung für OneCoin ist nur ein Bruchteil dessen, was Bitcoin erlebt hat. Die Nachfrage nach OneCoin ist sehr groß. Das ist dem Umstand geschuldet, dass es so einfach ist, ein Teil des Teams zu werden, aber auch, weil die Leute immer mehr über die Vorteile und die Sicherheit erfahren, die OneCoin als kryptische Währung zu bieten hat. Bei einer hohen Nachfrage wird sich der erwartete Wert eines einzelnen OneCoins im Verlauf der nächsten Jahre steigern. Und man kann mit einem hohen Kapitalzuwachs rechnen. Im Juni wurde OneCoin auf die Liste der Website xCoinx.com aufgenommen und ist bereits heute die zweitgrößte kryptische Währung der Welt. Es hat nur ein Jahr gedauert, um eine Marktkapitalisierung von einer Milliarde US-Dollar zu erreichen. Wenn du bei OneCoin einsteigst, bekommst du Zugang zu OneAcademy, einer brillanten Lernplattform, die von der Gründerin Dr. Ignatova in Zusammenarbeit mit einer Universität zusammengestellt wurde. Der Lernbereich ist voll von nützlichen Informationen, die dir dabei helfen, die Geschichte des Geldes einfacher zu verstehen und du kannst außerdem zwischen sechs verschiedenen Ebenen der Finanzbildung wählen. Die OneAcademy stellt alles bereit, was du brauchst, um in diesem neuen Wirtschaftszweig an die Spitze zu gelangen. Wie kannst du dich anmelden? Um ein Teil von OneCoin zu werden, kannst du dem globalen Netzwerk beitreten. Du kannst einen kostenlosen Account erstellen und falls du dich dazu entschließen solltest, dich den Mining Pools anzuschließen, musst du lediglich 130 Euro investieren. Zusätzlich zur OneAcademy bekommst du kostenlose Tokens, die dir Zugang zu einem der möglicherweise größten Mining Pools aller Zeiten geben. Dort kannst du, indem du deine Token einlöst, Coins in deinen eigenen persönlichen Account generieren. Das soll so vielen Menschen wie möglich dabei helfen, auch ohne besondere Vorbildung oder Ausrüstung Teil des Mining-Prozesses zu werden. Ein sehr guter Weg, um Leuten überall eine Chance zu bieten. Da der Wert einer kryptischen Währung auf Angebot und Nachfrage beruht, fällt es leicht zu verstehen, dass mit einem wachsenden Netzwerk auch der Wert steigert. OneCoin ist bei weitem die neueste, fortschrittlichste und innovativste kryptische Währung auf der Welt. Und die Gründerin, Dr. Ruja Ignatova, hat die Ambition, die Erfahrung und die außerordentliche Fähigkeit, den Menschen beizubringen, was es bedeutet, vom Gold des Internets zu lernen, es zu verstehen und davon zu profitieren. Der kryptischen Währung. OneCoin wird seit 2014 stückweise in immer mehr Orten der Welt verfügbar und wird dabei von hunderttausenden Minern, Händlern und Nutzern unterstützt, die sich in kürzester Zeit an die neue Firma anpassen und das Leben von Menschen auf der ganzen Welt besser machen. Unser momentanes Geldsystem macht gerade eine globale Wandlung durch und wir bewegen uns auf ein neues Zeitalter zu. Hier hast du eine komplett transparente Möglichkeit vor dir und das Beste ist, dass du das Investment so gestalten kannst, wie du willst. Falls du daran interessiert bist, dein eigenes Portfolio einzurichten und ein profitables Einkommen zu generieren, erhältst du hier deine Chance, an vorderster Front einer neuen Bewegung zu stehen und etwas zu erleben, von dem die zukünftigen Historiker als revolutionär berichten werden. Wenn du dich einschreibst, profitierst du nicht nur von der kryptischen Währung, sondern stellst dich auch für die zukünftige Wirtschaft gut auf. Wir glauben daran, dass Entscheidungen nur auf der Basis von Informationen getroffen werden sollten. Jetzt liegt es an dir, die Informationen zu nutzen, die du bekommen hast. Lass dir deine Fragen von demjenigen beantworten, der dir dieses Video gezeigt hat und dann kann es losgehen. Denk daran, es steht außer Frage, ob kryptische Währungen unsere zukünftige Wirtschaft beeinflussen werden. Die Frage ist, bist du bereit für den wirtschaftlichen Wandel, der uns bevorsteht? Und das ist, wie du bereitst, 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 wie du Untertitelung des ZDF, 2020